War ja klar. Kein Papier mehr. Immer bei mir. Immer. Moment. Bitteschön. Dankeschön. Nein, Papierstau. Scheißklumpelends. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wenn Sie meinen. Bitte. Gerne. Scheiß! Ach, der geländiger Scheiß! Hinten wir mal! Das wird doch nicht wahr sein! Was wollten Sie eigentlich machen? Ich wollte die Anlage C vom Grundstück Entwässerungsanlagen-Beantragungsantrag ausdrucken. Ach so, das müssen Sie jetzt gar nicht mehr drucken. Das können Sie direkt am Computer eingeben. Nein. Du hast mir jetzt richtig geholfen. Danke. Ja, bitte. Gerne. Äh, Papierstau. Hm! Hm! Ja! 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 Ja!